Bei 30 Grad im Schatten und durchschnittlich 23 bis 24 Grad Wassertemperatur können sich die Bremer über einen ungetrübten Badespaß freuen. Bis auf den Sportparksee in Krampke, in dem sich Blaualgen gebildet haben, bleiben alle anderen Bremerseen unterhalb der kritischen Konzentration. Dies teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. Das Gleiche gilt auch für den Badestrand am Café Sand. Auch in dem 23 Grad warmen Wasser der Weser kann unbedenklich geplanscht werden.